Hallo liebe Leute hier ist euer Niklas vom Outdoor Schmolk. Heute haben wir mal wieder ein Unboxing für euch und zwar geht es heute um den Bobby Benz AMG GTR Kinderrutscher. Original Mercedes Benz selbstverständlich. Wir packen das ganze mal aus. Highlights sind jetzt natürlich schon mal wie hier abgebildet. Der Spoiler, die LED Lichtfunktion und das ganze noch in der Farbe Green Hell Magno. Also seid gespannt wir packen das für euch aus und bauen es natürlich auch auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.